Coronavirus. Die Lage ist ernst. Hallo zusammen. Die Lage in der Schweiz ist ernst. Daher braucht es jeden Einzelnen, um gegen das tödliche Coronavirus anzukämpfen. Hier die offiziellen Informationen des Bundesamtes für Gesundheit. Bleiben Sie zu Hause. Außer Sie müssen Lebensmittel einkaufen, zum Arzt oder in die Apotheke gehen. Auch dürfen Sie nach draussen, um Hilfe zu leisten. Wenn Sie nicht von zu Hause aus arbeiten können, dürfen Sie zur Arbeit gehen. Vermeiden Sie Zusammenkünfte mit mehr als fünf Personen. Bei Missachten können Sie mit 100 Franken pro Person gebüßt werden. Halten Sie zwei Meter Abstand zu allen, auch zu Freunden und auch im Freien. Nach wie vor möglich ist, allein oder zu zweit draussen zu spazieren, zu joggen oder Velo zu fahren. Wichtige Information für Eltern. Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nur mit wenigen anderen Kindern in Kontakt kommen. Nicht mehr als fünf Kinder gemeinsam und es immer dieselben Kinder sind. Auch die Betreuungspersonen sollen immer dieselben bleiben. Es ist wichtig, dass gefährdete Personen daheim bleiben. Bleiben Sie also zu Hause, wenn Sie 65 Jahre alt oder älter sind. Oder wenn Sie an Bluthochdruck, Diabetes, Herz- und Kreislauferkrankungen, an chronischen Atembeschwerden oder an Krebs leiden. Personen dieser Risikogruppen fragen andere um Hilfe, zum Beispiel auch für das Erledigen der Einkäufe. Wenn Sie nicht zu der Risikogruppe gehören, dann helfen Sie den älteren Menschen in Ihrer Familie und in der Nachbarschaft mit Einkäufen oder mit anderen Hilfeleistungen. Dabei vermeiden Sie nahen Kontakt und denken Sie immer daran, die Hände zu waschen. Sowohl Sie wie auch die älteren Personen. Wir alle können und müssen uns schützen, indem wir regelmäßig die Hände waschen und das gründlich, keine Hände mehr schütteln, die nötige Distanz einhalten, indem wir gebrauchte Taschentücher korrekt entsorgen und in die Armbeuge niesen und husten. Bleiben Sie bei Husten und Fieber oder auch bei Atemproblemen zu Hause. Kontaktieren Sie immer zuerst telefonisch eine Ärztin oder einen Arzt. Gehen Sie nicht einfach ins Spital, sondern verlangen Sie ärztliche Hilfe auf der Corona-Info-Line 058 464 4488 Mehr Informationen zur aktuellen Situation finden Sie auf www.bag-coronavirus.ch Mit diesen Maßnahmen können wir Leben retten. Beatauchte Und Vielen Dank.